Es heißt, unter den Skagen gibt es eine Legende. Nach den ersten Kämpfen um die Trasperas liefen viele graue und weiße Häupter durch den Nebel. Veteranen und Veteranen in hunderter Plünderungen. Und wie es ihnen versprochen war, wurden sie sanft von der Ewigkeit angezogen, dem Schiff, welches sie an die Gestade ihrer Vorfahren bringen sollte. Alle fanden einen Platz und mit freudigem Lächeln lehnten sie sich ein letztes Mal in die Riemen. Immerhin erwarteten sie nach all der Zeit des Kämpfens und Leidens, ihre längst vergangenen Freunde und Familien wiederzusehen. Das Schiff verließ endlich den Nebel. Doch vor ihnen lag keine Insel. Nicht die Gestade ihrer Vorfahren waren zu sehen. Stattdessen erkannten sie den Kontinent wie Trasperas wieder, den sie alle schon einmal erblickt hatten. Das Schiff schien auch nicht mehr die Ewigkeit zu sein, denn ihre Planken waren abwechselnd aus hellem und dunklem Holz gebaut. Gemurmel machte sich breit. So manche Axt wurde gezogen und wütend gen Himmel gerichtet. Wer wagte es ihnen, ihren versprochenen Platz vorzuenthalten? Ratlos, enttäuscht und wütend fing ich Skagen an zu streiten, als ein Mann in dickem Fell an den Mast trat. Freunde, mein Name ist Enka. Wie ihr habe ich viele Jahre geplündert und gekämpft. Für Rinnland, für Clan Nordur und meine Familie. Und wie ihr sehne ich mich nach Ruhe und Frieden mit jenen, die vor uns waren. Aber die Gestade unserer Vorfahren müssen wohl warten. Ich weiß nicht, welche Gottheit uns nicht gehen lassen will. Aber ich weiß eins. Jeder von uns beherrscht das Handwerk des Kämpfens. Jeder von uns hat Salzwasser im Blut. Und jeder von uns hat die Kraft, den Göttern zu beweisen, dass wir unseren Platz auf der Ewigkeit verdient haben. Folgt mir. Ich führe euch zu Blut, Miet und unseren Vorfahren. Die Kriegerinnen und Krieger blickten einander an. Valgaard war der Erste, der aufstand. Dann Port, Brün, Türe, Brun, Rainier, Björn und sogar Ylva, die Wahnsinniger. Enka nickte und ein Lächeln breitete sich in seinem Gesicht aus. Der Wind blies in das Segel und die Grey Badger nahm zum ersten Mal Kuss auf die Küste. Es dauerte nicht lange, bis der neue Segelherr sein Versprechen wahrmachte. Es heißt, unter den Skagen gibt es eine Legende. Wir sind diese Legende. Und du?